genau klug für drauf kann man sich ein bisschen hübscher machen wie macht man ton gebrannter ton immer in dem ton nimmst und brennst ich tun ja in dem haus bin ich schon mal geholt du müsstest sogar ton haben okay schon die nacht hier ja es ist immer noch habe ich doch gesagt das lagerhaus wird langsam das freut mich drei ziegel habe ich das könnte eingeblumen und einblumen drauf machen ansonsten tun habe ich eine werkbank aus irgendwelchen gründen netherway habe ich zwei woher du warst noch nie im nether wahrscheinlich auch eine kiste vom portal hier habe ich sonst nichts und zombie ein zombie au oh noch ein zombie ein zombie und das hat ja ab irgendeinem punkt ein kommentiert zwerge jehovas ähm der zwerge jehovas ja genau so möglich und ich kann sogar eine machen möglichen mal genügend draußen. Oh es wird wieder Tag. Oh ich bin gestorben, ey. Ja, von einem Skelett. Vorher schon. Nur das kam relativ synchron. Oh, das Skelett ist hier. So, ich würde mal sagen, neue Sachen für den Keller und so mache ich mal aufs Pläne weiter. Gegebenenfalls noch Falltüren. Die waren aber ja für die Außengestaltung. Falltüren und Knöpfe habe ich jetzt eher für Außengestaltung. Bin ich gestorben oder lebe ich noch? Müsstest noch leben. Nach meinen Informationen müsstest du noch leben. Ja, ich habe das Gelett anscheinend totgeprügelt. Mordev was kicked due to keep a lifetime out. Ok. Ah. Deine Verbindung hat dich soeben geschmissen. Schön, ich bin aber noch da. Deine Verbindung hat er so noch nicht ganz mitbekommen. Ja, dann verbinde ich mich mal neu. Oh ja, ich bin hier. Und mein Zeug ist auch wieder da. Okay. Cool. Ich kriege also nicht mal mit, wenn meine Verbindung mich kickt. Cool. Ich habe es gerade auch erst mal in der Konsole gerade gesehen, dass du im Endeffekt weg bist. Mhm. Beziehungsweise, du wurdest geläftet und die Konsole hat mir dann halt noch gezeigt, warum. Oh, damit mal zu rechnen. Ja. Was soll das auch sonst sein? Bist du jetzt weg oder was? Nee, ich bin grad wieder rein. Auge. Machst du Auge oder was? Auge. 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 Und dann meinst du Auge. Gut, es geht noch aus dem Knoss hier. Habt ihr eigentlich jemals so ein Getränk probiert? Nee. Das war doch alkoholisch, oder? Ja. Ich trinke keinen Alkohol. Ich trinke keinen Alkohol. Ich trinke keinen Alkohol. Ich trinke den Schnaps, den er rausgebracht hat. Keine Ahnung. Eigen Schnaps. Es gab mittlerweile erstaunlich viele Influencer-Produkte. Oh, meine Kleine ist spät seit einer Stunde wahrscheinlich nicht mehr. Egal. So. Ich habe meinen Tageswerk für heute geschafft. Ja, ich bin auch gleich da. Ich habe... Ich hatte kein wirkliches Tageswerk. Von daher. Oh, ein Creeper im Beet. Ich habe einen Balkon gebaut und dann war ich wieder weg. Ich habe einen Creeper im Beet. So soll er da bleiben. Soll er bleiben. Soll er Karotten essen. Soll er Karotten essen. Soll er Karotten essen. Ja. Sehe ich auch nicht, wie ich das brauchen sollte, wenn ich irgendwo mal ein Glasboden reinmache. Ja. Oh, ein neues Haus. Ich sehe gerade das neue Haus von Moni. Das ist halt ein Lager, ne? Lagerhaus. Du hast hier... Du hast die Tür offen gelassen. Jetzt wieder so ein Schweins... So ein Schweinsding hier. Aus dem Nether. Von deinem Haus. Von dem Lager. Ja. Und jetzt greifen dich alle an. Los, bringt ihn um. Oh ja, das gucke ich mir an. Juhu. Ach, er ist ein Töse geworden. Ich habe nichts wirklich in Wett vor, das ist bei mir. Außer 334 Türen. Da werden die sich ja freuen. Ich gehe sie mir wiederholen. Kann sein, dass sie immer noch aggressiv auf dich sind. Wer weiß, wer weiß. Hast du jetzt mein Zeug geholt, oder was? Nö. Halt mich von deinem Zeug fern. Ich pflanze mir nur eine weitere Eiche. Ja, meine... Ramm wäre eine deutsche Eiche. Mein Ding ist, mein Bogenszeugs, da habe ich meine Armbrust weggepackt. Ah ja. Die verliere ich nicht. Ich habe nur eine Spitze und ein bisschen Holzzeugs. Und ein bisschen Siebenfackel habe ich mit dabei. Nichts Wertvolles. Kann verloren gehen. Kann auch erhalten bleiben. Dann kann ich damit irgendwann mal was bauen. Jut. Wollen wir auf den Verabschiedungsberg? Ehrlich gesagt schon seit 2 Stunden. Na dann. Hm. Falsch hören. Treppen. Holz. Improf. So, komm mal auch mal ausbauen. Ich sag halt scheiße, ne? Ich benutze jetzt mein ganzes Rest ist in Metaum, hier irgendwas inzumachen. Irgendeine Scheiße. Hm, was war ich denn noch so? Oh, ich hab noch 20... Ich hab doch 20 schwarze Eichenholz. Mori. Hm. Au. Den Haufen Scheiße haben wir hier gebaut. Kunst. So, da kann man jetzt hoch. Sehr schön. Moment. Eine Leiter. So. Und die Falsch hören kann man nach oben. Holz. Holz. Holz, Holz, Holz. Ich hab mein Holz. Ja. Ach Mensch. Ja Mensch. Wahre Kunst. Das ist Kunst und Können nicht weg. Scheint wohl so. Und in diesem Fall können wir uns sicher sein, da kommt Kunst nicht von Können. So. Ähm. Ähm. Ja. Und du kriegst wieder rum? Ich krieg's wieder rum. Ich nenne dieses Kunstwerk Raupenbagger. Ein schöner Name. Das ist so das erste was ich als Gedanke hatte als ich's von außen gebetrachtet habe. Raupenbagger. Wir kriechen. Ja. Sehr schön. Ja. Wollen wir da mal. Oh ja. Ja. Bauen wir das mal auf's Dreamer ab. Das lass ich nicht. Größer. 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 Ja, irgendwann brauchen wir daraus was richtiges. Und ein Bärenbüsche. Okay, ähm, ja. Wir haben ein Monster erschaffen. Raupenbagger. Äh, ja. Ähm, ich war, also willkommen zurück erstmal zu Minecraft-Arnor mit Mordi. Bist du auch schon erwähnt? Ich bin schon seit einer halben Stunde drauf und habe meine Bäume abgebaut. Und ja, ich habe hier meine Kürbis hingestellt. Ich wollte, ich war mir schon mal vor, es könnte sein, dass jeden Moment, jede Minute so in der Tür klingelt, dann wird es hier ganz laut schrillen. Dann werde ich hier mal, dann werde ich mal eben die Tür aufmachen gehen müssen. Okay. Darf ich mal was bestellt, was durchkommen sollte? Und ja, so, ich habe hier gerade eine Axt in der Hand, weil ich tatsächlich offskillen schon einiges an, an Holz abgebaut habe. Ja, du spielst einfach ohne Aufnahme, wie kannst du nur? Ja, ich habe ewig, ich habe ganz viele Bäume abgebaut, aber das würde ich jetzt hier jetzt heute Essen holen hier. Ich muss auch mal langfristig irgendwann mal gucken, dass ich mal mein Zeug, was ich hier in der Holzhütte habe, mal rüber in die Hobbit-Höhle schaffe. Ich habe da jetzt einen Keller, habe da ganz viele Kisten auch oben im Haus, also abgesehen davon, dass hier eigentlich nicht mehr viel drin ist. Das kann man jetzt einfach mal rüber schaffen. Und ich habe offskillen auch mal, das kann ich euch gleich mal zeigen. Den Leuten aufnahmen oder den Leuten im Stream. Da habe ich hier mal ein paar Steine gemacht. Ich habe Steine gebrannt, wie wild. Ich habe da unten in meinem Keller eine halbe Kiste voller Stein, gebrannt im Stein. Weil mein nächster Bauplan, meine nächste Bauidee, hier haben wir 1, 2, 3, 3 Reihen mit 64,6 gebrannt im Stein. Ich habe hier in meinen schönen Ofen gebrannt. Ich hatte mal Holz dafür gebraucht, um es zu brennen. Ich habe da mal Holz reingepackt. Bei Kohle holen war mir zu müßig. Zu mühselig. Und ja, das habe ich offskillen gemacht. Aber heute würde ich mich jetzt gerne erstmal ausrüsten. Und erstmal ein paar Sachen sammeln. Vielleicht eine Rüstung, um die zu machen. Müsst ihr erstmal Eisen suchen. Vielleicht auch ein bisschen Kohle für Fackeln. Und das ist es vielleicht heute mal scharf, in den Nether zu gehen. Ich würde heute ganz gerne mal den Nether erkunden. Und das tun wir nicht unausgerüstet. Da würde ich gerne eine Rüstung anhaben. Schau mal, was der Dream noch habe. Was habe ich an Eisenvorräten noch dabei? So gut wie gar nichts. Ich habe eine komplette Goldrüstung. Also ein Goldteil können wir auf jeden Fall kriegen. Du meinst ja mit Gold ist ja irgendwie was. Ja, Gold ist wichtig. Gold ist wichtig. Kann ich vielleicht, kann man irgendwie vielleicht aus Eisenklumpen wieder einen Eisenbarren machen? Ja, kannst du, du brauchst nur einen neuen Stück. Nur. Ah, ich sehe ja. Ein Eisenbarren. Und dann habe ich jetzt, wie es ausschaut, zwei Eisenbarren. Das reicht für genau gar nichts. Dann musst du wohl nochmal an die Minen. Oder hast du noch Eisen parat? Oder hast du eine Eisenrüstung, die du mir leihen kannst? Ich habe keine Ahnung. Ich spiele das hier nur für die Aufnahmen. Also für deine Aufnahmen, weil ich benutze sie ja nicht. Aber der eine Stream hast du mal hochgeladen. Ja, das war der Stream mit 30 Minuten Verzögerung. Wo ich dann gesagt habe, okay, ich strebe keinen Minecraft mehr, wie es aussieht. Ach ja. Und ich habe aus deiner Kiste ein bisschen Stein geklaut zum Brennen. Ach ja, mein Bauprojekt habe ich noch ganz erwähnt. Habe ich erwähnt, aber noch nicht gesagt, was es werden soll. Ich werde dann irgendwann mal versuchen, ums Haus herum, ums Dorf herum. Ums große, um unser Dorf herum, zumindest irgendwie. Ja, das Wasser wird nicht gehen, aber ich werde eine große Mauer bauen. Das ist der Mauerbau, das wird ja auch der nächste Bauplan. Der Mann baut einfach eine Mauer. Ja, hier so beim Sumpf, dass das dann so das Wasser vielleicht auch so ein bisschen die Grenze wird, dass dann so auf unserer Seite des Gewässers eine kleine Mauer entsteht. Und wir müssen mal gucken, wie das beim Berg geht. Und das war einmal ringsherum, dass wir in unserem Gebiet hier einmauern. Und ja. Jetzt wollen wir mich erst mal in der da fertig machen. Okay, jetzt habe ich hier vier Schwarz-Eich-Nolz-Treppen. Warum auch immer die ich hier drin habe. Weil du gerade bittend durch mein Zeug gelaufen bist. Gleich mal platziert. Okay, jetzt höre ich momentan planlos umher. Ja, ich soll mal in meine Hobbyhöhle zurückkehren. Ist schon wieder Nacht, ey. Das ist halt Minecraft hier. Ich bin gleich beim Bett, da können wir gleich reingehen. Ich komme gleich mal eine Runde schlafen. Dann soll ich mir mal das Nötigste zusammensammeln. Und mal gucken. Was meinst du, Modi? Geht es auch mit einer ganzen Goldrüstung rein in den Ende? Ich soll einfach nur Schuhe machen. Okay, ich kann nicht schlafen, weil Monstern in der Nähe sind. Wahrscheinlich irgendwo oben auf meiner Höhe drauf. Sekunde, ich habe ein Bett unten im Keller. Ja, der müsste gehen. So. Sehr gut, ich bin im Bett. Meine Rommeltöle sind immer ständig Monster irgendwo in der Nähe. Das ist halt immer. So, dann kenne ich die, vielleicht gehe ich mit der Goldrüstung empfehlen, oder? Also, ich habe hier noch zwölf Eisenbachen, also kann ich die Räume theoretisch auch. Ja, 14 habe ich jetzt. Damit kann man doch bestimmt was machen. Eisenharnisch. Gehe ich auch noch eine Eisenhose mit. Ne, dafür reicht es nicht mehr. 5, 6, 7. Einen zu wenig, ich habe einen Eisenbachen zu wenig. Das ist ja herrlich. Ansonsten irgendwas Wichtiges, was man noch für den Neller brauchen könnte. Nö. Eine Spitzhacke wahrscheinlich. Eine Eisenspitzhacke wäre nicht schlecht. Ich will die mal mitnehmen. Einen goldenen Apfel. Es lohnt sich, die mitzunehmen. Es lohnt sich nie, einen goldenen Apfel mitzunehmen. Eine Eisenspitzhacke, da habe ich Sticks für. Relativ unsortiert hier. Bei mir. Das kommt, da kommen wir auch noch irgendwann dazu. Okay, da haben wir eine Eisenspitzhacke. Jetzt machen wir noch eine zweite. Die Amst kann ich jetzt hier mal eine Waffentruhe ablegen. Das Diamantschwert nehme ich mit. Ich hoffe nur, dass ich nicht verliere, Nelle. Dann soll ich mir vielleicht noch ein Eisenspitz machen. Ich habe kein Eisen mehr. Was soll's. Ich gehe auch stark davon aus, dass ich das verlieren werde. Deshalb sollte ich es eigentlich nicht mitnehmen. Was wusstest du da? Gerade verschluckt. Er wusstet einfach. Wie schlimm. Sagt er, der ständig am Wusten ist. In jeder Aufnahme irgendwie. Hier gibt noch ein einsamer Stick. Hier habe ich ein 64er Stick-Sticks. Auch gut. Sollten wir vielleicht ein paar Sticks mit runternehmen. Falls man was Neues kaufen will. Falls man eine Neloid-Spitzhacke dort unten basteln will. Guter Witz. Und wieso? Willst du also die nächsten 10 Stunden damit verbringen, nach Zeug zu suchen? Okay, gut. Nö, nicht wirklich. Vielleicht treffe ich ja zufällig auf Neunerid. Das erste, was sie eben nicht hat. Da ich schon drin war, kann ich sagen, wir haben erstens nicht das richtige Gebiet bei uns. Zweitens. Nein, wirst du nicht. Okay. Okay, Spitzhacke. Ich nehme jetzt, ich würde es glaube ich. Soll ich mir ein Steinschwert machen oder soll ich einfach mit dem Diamantschwert rein? Doch, was du willst. Würde ich es bereuen, mit dem Diamantschwert reinzugehen? Wahrscheinlich, aber das wirst du immer. Dann mache ich mir vielleicht doch ein Steinschwert. Eine Furchtheit Stein. Den ich momentan erstmal dafür verbrannt habe. Hier habe ich noch Stein. Stein. Das ist recht exakt für ein Schwert. Dann gehe ich halt erstmal mit Steinschwert rein. Wenn wir hier nicht alles aufs Spiel setzen, ich nehme noch das Goldschwert mit. Wenn du nur noch zwei Minuten wartest, dann komme ich auch mit rein. Ja, ich brauche sowieso hier noch ein bisschen... Ich muss erstmal meine Rüstung abnehmen. Okay, die brauche ich nicht, die kann hier bleiben. Ja, ich habe gerade das Lagerhaus noch aufgebessert. Vorne sieht es scheiße aus, aber... Na, wobei, Moment. So, hier. Okay, wo sind Schuhe hin verschwunden? Nicht gut, aber besser. Ich habe eventuell gerade in Müll geworfen, falls das geht. Gute Arbeit. Okay, ich habe keine Schuhe. Ich ziehe mir mal eben meine Rüstung an und nehme mein Zeug. Kann man Sachen in Minecraft in den Müll werfen? Nicht, dass ich wüsste. Ah, ich habe sie gerade verloren. Die sind weg. Ich habe sie scheinbar gerade in den Müll geworfen. Hatte ich nicht irgendwo hier noch eine Rüstung drin? Also scheinbar kann man das. Scheinbar gerade die Nerftürtung der Musik aus. So. Ach so, deshalb. Ich hatte schon mein Zeug an. Hey. Ich habe jetzt keine Schuhe. Ich hoffe, das wird mir jetzt nichts zu verhängen. Ich habe nur Schuhe. Ich habe auch meine Hose und ein Eisenhemd. Eine Goldhose und Eisenhemd. Einen Hut wollte ich noch anziehen. Ich helfe mir das ein bisschen. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4,5 Rüstungsteile. Ah ja, ich habe Schuhe. Wo sind meine Schuhe hin? Ich frage, das freut mich jetzt wirklich. Irgendwie, ich habe die abgenommen vom Rüstungsständer und dann irgendwas Falsches geklickt und dann waren sie weg. Ich glaube, ich habe rechts, rechte Maustaste geklickt. Damit habe ich sowohl scheinbar gelöscht. Das ist doch schon ausgerüstet, zufällig. Dann sind sie weg. Dann sind sie weg. Ich muss sie ohne rein. Ich habe nichts anderes. Fackeln. Brauchen wir Fackeln? Das klingelt an der Tür. Ich muss mal kurz weg. Ich muss mal kurz weg. Bis gleich. Dann können wir mal. Ich habe ein Steinschwert und ein Wildschwert mit dabei. Und zwei Eisenspitzhacken. Und eine Rüstung bestehend aus einem Goldbeinschutz, einem Goldhelm und einem Eisenharnisch. Also ja. Ich bin schon im Nether. Ich sehe es. Auf geht's in den Nether. Oh, was ich wirklich? Was... Oh, was so? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.